moin moin und herzlich willkommen mein name ist Theorim ja wie ihr seht starte ich jetzt einen neuen let's play und zwar mit RoboCraft ja was ist RoboCraft RoboCraft ist ja man baut durch Klötze ein Gefährt ein Panzer ein Flugzeug was man auch immer mit die Klötze macht ja das Spiel kann man unter anderem bei Steam runterladen und zwar auch unter RoboCraft direkte Homepage das geil ist es ist kostenlos klar man kann auch Gegenstände kaufen glaube ich Geld investieren aber man braucht das nicht gut ich würde mal sagen nicht so viel schnacken ich habe mich habe mir eben gerade einen neuen Account gemacht mit meinem Namen Theorim.zockt wenn ihr auch Lust habt mit mir zu zocken denn so heiße ich im Spiel gut als man kriegt täglich so eine Tagesbelohnung und dann gucken wir mal was sie schönes bekommen so auch gleich vieles längbare Rad Spare 800 Robits und zwar zweimal also sprich 1600 das ist so wie Geld mit das mit diesen Robits kann man zum Beispiel Räder kaufen oder wie hier eine Plasma Pulse das gucken wir uns nun mal in nähern an ja zum Beispiel wenn man Premium ist kann man halt denn noch zusätzliche Dinge bekommen aber das sind wir nicht also egal wie kriegen die unten die unteren viel Dinger das nehmen wir gerne mit so jetzt müssen wir gucken so wir bekommen gleich wie ihr seht wir sind Stufe 1 und wir bekommen gleich ein wenig ja ein fertigen Mech also ein fertigen Roboter im Spiel wird ein bisschen Englisch gesprochen aber das ist links geht bei mir links vorbei von daher ist alles soweit in Ordnung so wie bei mir wir können erst mal gucken wie wir das je gucken dass wir gucken das Tutorial an gucken wir wie man was baut und dann kriegt auch noch ein Gegenstand glaube ich schau dass man Mir worse wird geladen Das Laden dauert eigentlich Gott sei Dank nicht zu lange So Dies ist das Mutterschiff Genau W-A-S-D So bewegt man sich Auch näher im Spiel So Da kriegt man halt ein Tool Feuer das mechanische Bein Auf dem blauen Ziel am Boden Du feuerst mit der linken Maustaste Das machen wir mal So weit so gut Jetzt gehen kurz mal Q drücken Hier haben wir Tutorial Q-Bus Und das wollen wir halt hier ran machen Mit links schießt man halt dann Um die Blöcke zu setzen So wie Minecraft im weitesten Sinne Drücke Q Machen wir Jetzt haben wir noch eine Waffe Eine Waffe da Eine Waffe da Und eine Waffe da Sauber B-B-B-B-B-B Was wollen wir noch? Drücke T um zu testen Machen wir mal Bis jetzt ist ja alles easy Das Spiel habe ich schon seit längerem gespielt Aber dann habe ich Weiß ich Ein paar Jahre Pausiert Ich muss mal ein bisschen leise machen Mein Ohr tut mir So ein bisschen doll weh So Dann sollen wir Jetzt sollen wir nach da rum Dann sollen wir da hin Juhu zum letzten Zielort Was bist du denn für einer Feuer mit der linken Maus Machen wir So geht kaputt Sack Tod Juhu Ich habe es geschafft Ja das war das Tutorial Kurz und knackig Glaube ich zumindest Schon etwas her Wo ich das gespielt hatte Wir müssen jetzt Ein Geschenk bekommen Juhu Glückwunsch Du hast das Tutorial abgeschlossen Du hast deinen ersten Kampfroboter gebaut Und bist damit ein Robo-Krafter Ja das ist sehr schön Ja wie schön gesagt Das um interessiert uns nicht Wir haben ein Rad bekommen Radstürmer Dann haben wir halt ein Elektroschild links Elektroschild B links Und ein bisschen 4.000 Robots Das ist schön So Hier gehe ich mal auf Spielen Das ist ein Modus Wo wir gegen Ja Gegen KI kämpfen Also gegen Mechanische Bots Bots Genau Ich Bots Gegen Bots Kämpft man Kleine Fortführende Störung Das ist Das hat so Arren Wo man halt Gegen die Kämpfen muss Das ist Das ist ein Wir müssen jetzt 25 Ja Bots töten Am besten Am besten so Dass wir nicht sterben Unten Rechts Äh links Sehen wir Wie viel Prozent Wir noch haben Jetzt müssen wir einen Moment warten Am besten nicht treffen Dann lädt unser Schild wieder auf Sehr schön So Jetzt bist du dran Ja Du bleib mal hier Ich hab die Voll im Visier Sehr schön Super Äh Jetzt will er Revanche Jetzt möchte er Revanche Von wegen Bleib mal hier Hau ich nicht ab Dann hau ich zuerst ab Sehr schön Sehr schön Wie steht es 6 zu 2 Das Sieht schon mal gut aus Bleib mal hier Bleib mal hier Dich hab ich Dich hab ich So Ne Da geh ich mal Lieber nicht Bei Oder Ach Scheißegal Oh Gott Nee 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 Zack, 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 zack. Nicht bekomm ich. Ja. Die Gegner sind etwas leicht noch. Sobald wir im nächsten Modus sind, sprich gegen andere Spiele, wird es natürlich schwieriger. Ah, ich glaube, jetzt muss ich abhauen. Jetzt muss ich abhauen. So, kurz mal innen halten. Kurz mal innen halten für ein paar Sekunden. Sehr schön. So. Hier muss ich abhauen. Und, und, zack, super. So, 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 bleib mal hier. Ja, du bleib mal hier. Ich krieg dich. Du gehörst mir. Sehr schön. Drei Minuten haben wir noch Zeit. Die drei haben wir. Ja, 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 ja. Bleib mal schön. Alle stehen. Alle stehen. Ja, einen müssen wir noch. Einen müssen wir noch. Einen müssen wir noch. Super. Hey. Wie viel Kills hat er? Ja, da stehe ich auf dem ersten Platz. Keine Tode. Vorlagen haben wir gemacht. Schaden stehen wir auf dem ersten Platz. Punkte auch. Das ist nun ideal. Das ist cool. So. So, 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 so. Dann schauen wir mal. Meistens kriegt man immer eine Belohnung. Kontaktiere den Server. Jupp. Zack. Zack. Stufe 2. Das ist doch schön. Jo, ein Protonium Bergungsküste. Glückwunsch, du hast die folgende Bergungsküste erhalten. Glückwunsch, du hast die folgende Bergungsküste erhalten. Ja, das ist schön. Ah, das ist doch coole Sache. Ähm, genau. Tesslerreise, das ist sehr gut für eine Nahkampfwaffe. Aber das ist eine Nahkampfwaffe. Brauchen wir zwar noch nicht. Oberlese, Hornässe, okay. Okaychen. Okaychen. No. Für deinen Platz in der besten Liste am Ende deines letzten Kampfes hast du folgendes erhalten. Plasmapuls, okay. Und hohen. Okay, cool. Coole Sache. So. Ja, ich würde sagen, für unsere erste Folge reicht es. Ähm, ja. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ich das mal weitermachen soll oder nicht. Jetzt ruche ich mir irgendwas anderes aus. Ein, zwei Folgen mache ich noch. Und dann, ja. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ähm, dann sehen wir uns in der nächsten Folge vielleicht wieder. Wenn das heißt, dir ihm sockt RoboCraft. Bis dahin, bye bye.